Also Lightlife, wie der Name schon sagt, leichtes Leben und wir haben uns eben auf Frauen spezialisiert, die abnehmen wollen, die das vielleicht schon unglaublich viel versucht haben und überhaupt nicht verstehen, warum es nicht funktioniert und eben auch Frauen, die sagen, nee, abnehmen kein Thema für mich, aber fit werden und bleiben. Wir geben Workshops, positives Denken, weil das einfach in unserer Stresszeit unglaublich wichtig ist. Workshop-Wechseljahre, um die mal positiv zu betrachten, arbeiten also ganzheitlich. Wir arbeiten sehr persönlich mit den Leuten, also wir kennen die Geschichte, wir kennen den Namen, hier gibt es keine Nummern, wir sind sehr interessiert an den Menschen, wir begleiten sie bis zu ihrem Ziel und ja, ich denke, da liegt der größte Unterschied. Wir schauen auch ganz genau, wie ist die hormonelle Situation und danach entwickeln wir das eigene Abnehmen-Konzept. Und für die Frauen, die sagen, ich möchte nur fit werden oder bleiben, die betreuen wir ganz, ganz intensiv. Ja, also die Geräte, die wir haben, die kommen aus dem Reha-Bereich, die haben keine Gewichte, das heißt, jede Frau kann hier sporteln, egal mit welcher Vorgeschichte. Die Geräte, die wir hier rechts sehen, das sind die Entwässern, die helfen dem Gewebe, durch Bluten und eben alles, was Frauen wollen. Und Licht und Luft, ja, das gehört einfach zu Lightlife dazu, auch diese grüne Farbe, die sofort gute Laune macht. Also unsere Frauen sagen immer, wenn ich hier reinkomme, ist Frühling.